Ich sag ja, die Dinger werden einfach nicht angesaugt davon, ne? Nö Ich war nicht weit Also wir machen momentan nur Schaden, Schaden, Schaden und willst da rein aufspringen freiwillig? Da können wir nicht reinspringen Wir müssen hier weiter Wir können nicht reinspringen, ne? Bist du? Deine Ernst, bist du gestorben, ne? Klar! Boah ey, du bist so behindert, ne? Wir können doch nicht reinspringen, zack, tot Naja, aber du springst ja auch einfach rein, was du tun? Du sagst, das geht nicht Ja und? Wie viel Cola hast du? Äh, nur noch 48.000 55.000 Nee, 57 Ja, 65 Ja, weil ich gestorben bin! Ach, jetzt im Maul Ich hab ein Gegner, warum hab ich schon wieder Gegner hier? Ja, weil die von hinten eben kamen Dankeschön Bitteschön Bist du da durchgelaufen, war dein Gegner? Ja, die spawnen hier auf so'n scheiß Ding Ja, die spawnen hier auch alle, ja? Tschüss Ja, dankeschön, dass du einfach nur ab brauchst Tschüss Hä? Du bist doch vorgelaufen Nein Wie, du bist gestorben? Ich bin hier hinten, du Arsch Hä? Achso! Passt Dumm, ne? Ich dachte, du wärst vor mir, du wärst weitergelaufen Ich hab mich gesehen Nein! Ich bin verrägst Ja, da musst du ja sagen Ach, das merkt man ja nicht Ne, das merk ich, seh ich nicht Na, weil du behindert bist, ich weiß Hier, mach, alle Alter Kann ich mal irgendeinen, Target Panzerfaust Ist doch voll gekillt Alter Ja, super, super, die Munition, der wird auch weniger Ich hol mir jetzt erstmal ne Sniper Das ist mir Rille Ach, schon Pille? Ja Und nicht weiter rennen Warum nicht? Warum? Das spawnen immer mehr Gegner, was ist los mit dir? Ja, loote noch Ja, klar, Munition Dann kann ich ja schon mal Snipern Da kommt ein Gegner jetzt an Ist mir egal Heimlich Nö Keine Lust Bis weiter Du erlebst ja wieder Ich hab immer noch gedrückt den Hehehe Bam Tschüss Ja Ah, gefrier du Arsch Solange die das Shit haben, können die nicht gefrieren Das ist kacke Oh nein, 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 nicht der, nein, nein, kein Doch Komm einfach weiter drauf Nein Alter, was macht der für Bälle? Uhuhuhu Halleluja So Schritt für Schritt Ich geh jetzt ganz langsam voran Ach Einfach drauf los Okay 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 Haben wir ein Leiden, kommt ein Gegner Vorsicht Stehen bleiben dann Oder so Pfeil Snipern wäre drauf, sonst kommt er zu nah Das ist, wenn ich besser Ey, dir geht einfach nicht los der Arsch, ne? Ich würde so ein Schwert mitnehmen Ja Bis klar Fass Der sitzt da drin Okay, musst du schießen Warte mal Ja Vor allem Der schießt mich eben Schießt auf mich und ich flieg direkt zu denen hin Komm Ich aktiviere einfach meine Super Fähigkeit Ich weiß nicht welche Komm Ja Ah, Wann Lauf doch Lauf Lauf Und Aua Hatte ich gerade angeschossen? Ja Ja Dann bin ich immer Kilometer weit nach vorne geflogen Ja, hab ich gemerkt Hier kommt doch gleich noch ein Endgegner, den wir gar nicht mehr schaffen, dann können wir machen was wir wollen Ja, komm mal hier ist mir Ja, siehst du guck Hier ist ein Spawnfeld Alter Hau doch ab Hau doch Nein, hier flieg runter Hau doch ab Hau doch ab Nein Reiß schnell, reiß schnell Ich halte den Arsch Ich darf nur nicht sterben Reiß Ich sterbe Zentus Ja, mir doch egal Ne Ey du Arsch, bist du behindert? Alter Reiß, reiß Reiß doch Geh doch sterben Alter Geh doch Ja Geh doch durch Slap einfach YOLO Ja Was Ist Aber ich glaube so gut ist das nicht, dass wir das machen Nein Ist es natürlich nicht Aber Wir versuchen es einfach Wir schaffen das schon Ja Alter, was machen wir denn? Haben wir bei den Schatzschiff ja auch endlich geschafft Ja, das hat aber auch lange gedauert Aber ich glaube hier kommt ein Gegner, den wir glaube ich nicht Knacken können so einfach WTF? Mhm Geil Au Jau Oh nein Da, da kommt ein riesen Endgegner, den wir erstmal nicht packen werden Und wir können bestimmt nicht zurückporten Ach, glaube ich eher Ja Warte, findet ihr den Eingang zur Kammer? Ich lade erstmal alles nach In Ruhe Also du bist doch ein Reisepunkt hier Okay Hinter dir Ja, aber der führt ja wieder zurück Ich will ja einen Komplett-Reisepunkt, komm Ja, werden wir wahrscheinlich irgendwo haben Warte doch erstmal Munition Mh Ne, Safe-Punkt ist es Oder so Beides dasselbe Ne Doch Ich werde das andere viel lieber Leben Oh 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 Munition Oh, schön Alter, was für ein Gegner Pfff Pfff Ich muss sagen, dieser Loader haben Dich ziemlich überfüßig gemacht Guck mal Ein Gegner Mh Ich hab ne neue Granate Mit den Schaden von 1037 So, wollen wir die ersten Gegner, die wir runterholen können Da ist ein Gegner Volle Kraft voraussießen Ja Okay, ne? Okay, ran Ich bleib hier hinten Okay, down Da kommt der nächste Bei dir Ich komme Alter Du verdammt, du bist geburt Oh, normaler Schaden können die ihn nehmen, okay? Okay Maler Schaden, brauche ich bei denen Okay Noch mehr Gegner oben Ja Machen wir uns die Güte Dann ist wieder einer gespawnt Bleib doch mal stehen Misty Meinst die Eule jetzt wieder ankommt? Ja, die Eule wieder ankommt Was ist der? Gummientchen? Ah War ich nicht Das war eben eine Granate So Ist auch da links neben dir Hast du ernsthaft hinten die Eule angeschossen? Nein Kommst du denn da hin? Oh, oh Der wandelt sich deutlich, oder? Was spuckt der für Katzhaufen? Hast du das gerade gesehen? Ja, der spuckt irgendwelche Kotzhaufen Bam 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 Tschüss Ah, ich mach gleich Bam Bam Komm lass weiter Ja, dann müssen wir auch Oh, nächster Ja hier, nimm Schaden Ja 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 Schiff Ja 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 Ja